Hi YouTube und willkommen zu einem neuen Video und ich würde sagen, ich bitte alle neu zugestiegenen Fahrgäste, bitte ihre Tickets vorzuzeigen, denn wir spielen jetzt Nightbus, ein Horrorgame-Bus-Simulator. Es beunruhigt mich sehr, dass es auf 16 ist und unter dem Horrorgenre irgendwie zu finden ist. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich kann euch gar nicht so viel über dieses Spiel sagen. Ich habe es durch Zufall auf Steam gefunden und ich möchte es jetzt mit euch spielen. Grafik kennen und lieben wir ja. Sieht ähnlich aus wie viele Horrorspiele, die wir bereits gespielt haben. Ich freue mich sehr, ich wünsche euch viel Spaß und äh, da steht einfach 6666. Toll, also ich würde sagen, los geht's in die Hölle, Leute. Birds aren't real. Wie Birds aren't... Ich habe eine Katze in meinem Bus. Ich weiß nicht, ob ich oben oder unten gucken soll. Kann ich ein bisschen schielen müssen, weil hier oben was war und hier unten was stand. Ich habe nur gerade gelesen, Try Not To Panic und wir haben eine Katze. Press Left Mouse Button. Easy Kitty. Annoi the Cat. Animal Lover. Okay, ich glaube, die Katze mag nicht mehr. Okay, Leute, ich würde... Okay. Ähm, ich würde sagen... Pst, jetzt. Was ist das? Close Door. Die Door ist zu... Close and Open Door. Lasst uns mal gucken, was hier alles ist. Was ist das da? Oh. I can't see. Turn on the wipers. Okay, okay, okay. Es regnet nicht. Äh, excuse me. So können wir es nicht lassen. So, das ist... All good. Ah, Benzin. Radio. Ähm, unsere Rückbänke. Break the CC. Ich habe gar nichts gemacht. Was auch immer das ist. Okay. Interact. Oh. Alrighty. Ähm, irgendjemand ist banned. Don't for Sam. Was? Okay, es ist... Okay, es gibt übrigens fünf Endings. Und wir versuchen natürlich, alle fünf Endings zu erwischen. Ähm, ich würde jetzt aber mal sagen... Oh. Entschuldigung. Ich habe, ähm... Es wieder kaputt gemacht. Hallo, ich möchte eine normale Rückbank. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Aber ich würde sagen... Oh, mein Gott. Äh, okay, warte. Ich sitze rechts. Das heißt, ist es linksverkehr. Richtig? Ich habe keine Ahnung. Aber... Oh, da sind Schäfchen. Alles gut. Kann ich eigentlich während dem Fahren das Ding aufmachen? Oh, da sind Schäfchen und Schäfchen und Schäfchen und Schäfchen und Schäfchen. Oh, Entschuldigung. Wohin läufst du? Wo bist du jetzt? Hä? Ah. Okay, kann ich eigentlich auch irgendwie aussteigen? Also kann ich mich ab... Kann ich irgendwie... Okay, scheinbar nicht. Können wir einfach mit offener Tür fahren? Wo will ich hinzoomen? Ich will nicht... Ich will nicht hinzoomen. Okay, du bist irgendwie sassy. Ich mag dich nicht. Seit du da bist, passieren komische Dinge. Ah! Okay. Ey, springt mich da irgendwas an? Okay, warte, der will zu 601, hat er gesagt. Was ist, wenn ich ihn einfach nicht rauslasse? Kann ich eigentlich gegen Autos fahren? Oh! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Okay, Ending 3 von 5. Alles klar. Ich, ähm... Es tut... Es tut mir leid! Ich bin so sorry! Okay, man kann gegen Autos fahren. Okay, press Shift. Let's go! Oh! Äh! Was ist eigentlich, wenn ich einfach vorbeifahre? Tschüss! Was ist, wenn ich gar keinen mitnehmen würde? Wir testen jetzt alle Endings. Oh, Entschuldigung. Wichtig. Okay, ich fahre nicht mehr gegen Autos, versprochen. Was ist, was ist, was ist, wenn wir gar niemanden mitnehmen? Glaubt ihr, das ist auch ein Ending? Das könnten wir mal ausprobieren. Aber ich glaube, wir sind in... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir? Remember to check your security cameras. Hör auf! Ich habe niemanden drin, also darf hier nicht sein. Oh, Entschuldigung. Hä? Bin ich gerade abgehoben? Huh? Ich weiß nicht, was das da macht, da oben. Ich bin mir gerade nicht so... Pet to stay calm. Ich will, ich will nicht kommen. Die Katze faucht mich an. Wieso sollte ich, wieso sollte ich nicht ruhig bleiben? Ich bin tiefenentspannt. Kann ich paniken oder so? Ich glaube, ich habe irgendwie sowas... Ich habe irgendwie sowas in den Steam-Errungenschaften, glaube ich, gesehen. Irgendwie, don't panic. Oder irgendwie... Ich muss gleich noch mal gucken, nachher mal rüber. Was ist alles so... Ich werde so safe verfolgt in diesem Scheiß-Bus. Kann ich eigentlich hupen? Oh Mann. Tschüss. Oh shit, ich habe nicht mehr auf die Zahlen geguckt. Der hat doch gesagt, alles nach 665... Äh, noch 665 ist out of service oder so. Tschüss. Tschüss. Ich schwöre, ich mache das... Huh. Ich mache das Spiel jetzt kaputt. Sag mal. Ich frage mich jetzt halt aber einfach, ob das auch kommt, wenn man... Wenn man... Ich werde die ganze Zeit weggeschubst. Was ist das hier? Ich kriege keine Dinger mehr. Kann ich in diesem... Es ist weg. Kann ich hier sterben eigentlich? Okay, 665. Oh, hier ist eine Dings. Ich glaube, ich könnte auch tanken. All good. Ich muss dich tanken. Aber ich glaube, es gibt auch eine Errungenschaft dafür. Ähm. Stop, 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 stop. Wie stop, stop, stop. Äh. Nein. Tschüss. Huh. Oh. Was? Ignore every passenger. Ha. You're fired. Ha. Geil. Okay. Okay. Ähm. Lass mich mal ganz kurz was spicken gehen. Und zwar auf Steam. War irgendwo... Äh. Da-da-da-da. Wo war es jetzt? Ja, fast leid. Okay. Pick up and drop off everyone perfectly. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein anderes Ending ist. Wir hatten jetzt 3 und 5, richtig? Turn off the rail, the wipers and the comms. Power saver. Leave a passenger at the ticket machine for a few seconds. Come and stop at the bus stop and leave. Come to stop. Hopf. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Ich habe eine Idee, wie wir vielleicht noch was triggern könnten. Aber ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall tanken gehen, sehe ich gerade. Und man darf sich ein komplettes Game-Ding nicht umdrehen. Ist auch noch eine Errungenschaft. Okay. Turn off the tutorial. Turn off bla 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 bla. Was auch immer das da ist. Oh. Okay, ich würde jetzt mal mich ganz akkurat verhalten, okay? Hallo, der Herr. Er sieht sehr... Er sieht sehr... Sein... 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 Tschüss. Okay. Hm. Du bist sass. Ich sag's euch. Okay. 661 wollte er losfahren. Äh. Wollte er aussteigen. Richtig? Jetzt verhalten wir uns mal wie ein akkurater Busfahrer. Nein, ich möchte nicht über meine Schulter... Shoulder... Lücken. Okay. 660. Wir hätten noch eine Errungenschaft, die bedeutet... Äh. Was habe ich gerade gesagt? Oh. Entschuldigung. Ich kann nicht rüber schielen. Äh. Komm, immer einen Busstop halten. Äh. Und dann... Äh. Okay, das bedeutet, er möchte raus. Glaube ich. Ding dong. Bitte schön, Herr. Bitte schön. Okay. Passenger number one. Er ist eine Errungenschaft, die heißt Panic at Work. Ich pette sie mal. Vorhin haben wir nicht Panic gekriegt. Oh. Entschuldigung. Oh. Äh. Stopp. Hallöchen. Wie siehst du denn aus? Wohin? Hast du vergessen, dein Oberteil auszuziehen? Wo soll es denn hingehen, die Dame? Oh. Tschüss. Sie hat nicht gesagt, wohin. Alles klar. Ich, äh... Ich höre dann einfach auf den Gong, ja? Er erinnert mich an Fallout. Hallo? Äh. Äh. Sieht aus, als würde sie gleich kotzen. So, hier ist the next one. Hallo. Hallo. Evening. Hallo. Achso. Dachte, ich hätte schon gelaufen. Beziehungsweise es hätte schon fokussiert. Bitteschön. Bitteschön. Irgendwie leuchtet hier was rot. Nee, ist nur... Ist das Spiel. Wo hast du dich jetzt hingesetzt? Ich beobachte dich. Sie ist weg. Hallo. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, ich bin zu breit. Ich bleib immer an der Ding hängen. Äh, sie ist einfach weg. Wieso nicht? Oh. Okay. Da gibt's deinen Nerves of Steel. Ignore the knock five seconds. Ich weiß nicht, ob es das knock ist, was gegen einen Dings und ob hier noch was kommt. Wo ist unsere andere Tolla? Hä, da fehl... Scheiß Bus. Oh, Entschuldigung. Ich frage mich halt, wenn da immer All Good steht, wie man, äh... Äh, wann man tanken muss. So, ne leh. Bitteschön. Ey, wieso geht ihr? Ich will keine Bad Vibes on this bus. Erstmal scheinen wir schon. Oh, da war die Dinger. Was heißt Bad Vibes on this... Irgendjemand möchte aussteigen. Ich hab niemanden mehr drin. Ich will mich auch nicht umdrehen. Dann hätten wir zumindest jetzt auch die Errungenschaft. Da steht doch eh jemand. Hallo. Äh, da hinten ist was... Da hinten steht was links. Hallo. Ähm, da ist was hinten am... Wir sind nämlich jetzt Bus Stop 666. Boah, macht die Scheiß-Tür... Kann ich das angucken? Ich glaube, ich möchte meine Katze streicheln. Ich hab keine Ahnung, was es ist, aber es sitzt auf jeden Fall hinter der Bus Station. Wo sitzen die alle? Die sind alle nicht erfassbar. Okay. Was machen wir nun? Ich höre was, aber ich weiß nicht, was es ist. Bitteschön. Okay, ich drehe mich nicht um. Dann halt nicht. Oh, gut. Okay, ich stehe ja schon. Ah, was geht ab? Bist du tot? Nee, du lebst noch. Habt ihr gesehen, dass da Dinge, ähm... Dass da Dinge passiert sind? Schau mal, wir fahren echt weiter. Good Evil... Hallo. Was für Good Evening, Sam. Du sitzt daheim. Du sitzt daheim. Oh! Oh! Was geht jetzt ab? Hilfe! Es will niemand raus, oder? Mir gefällt es hier nicht. Wo ist der Typ jetzt? Ich sehe ihn nicht. Da. Er ist weg! Äh! Tschüss! Gott, ja! Okay, ja! Danke, ciao! Es gibt auch zwei Versteckderung schaffen, was auch immer das ist. Ist da doch was mit... Sag mal, wo zum Teufel fahren wir hin? Well. Yes, that is the five. Ending five von five. I just work here. Okay, wir hätten jetzt noch... Aber wir haben nicht geschafft. Pick up and drop everyone perfectly. Aber ich frage mich gerade, der hat doch gesagt... Er wolle, er würde wollen, er würde dann und dann aussteigen wollen. Und ich glaube, wir haben alle... Aber ich glaube, ich kann ja eigentlich mal in Zukunft überall halten. Wir hätten jetzt noch... Come to a bus stop... Come to stop at a bus stop then leave. Okay. Und pick up and drop off everyone perfectly. Das haben wir noch nicht gesagt. Und ich glaube, wir hatten jetzt... Wie viele Endings? Fünf, vier, drei. Uns fehlen noch zwei. Vielleicht. Eventuell. Schauen wir mal. Okay, es gibt noch ein paar Sachen, die wir testen können. Let's go. Oh. Ja, 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 ja. So, ich möchte jetzt nicht... Ich gucke jetzt nicht da hoch. Jetzt versuchen wir das mal zu... Ich weiß aber nicht, was Panic at Work sein soll. Okay, wir droppen. Wir nehmen ihn jetzt mit. Jetzt dürfen wir uns ja auch umdrehen. Jawohl, Sir. Vor allem, wo soll ich hinzoomen? Ich möchte da nicht hin... Äh, äh, stuck. Was ist mit den Häusern hier eigentlich los? Okay, jetzt darf ich mich auch umdrehen. So, ich würde jetzt mal gerne halten. Wir halten jetzt einfach mal an jeder Dings. Und ich fahre weiter. Ich weiß nicht, ob ich dafür die... Ich weiß nicht, ob ich dafür die... Die Tür aufmachen muss. Wahrscheinlich. Zumindest für... Come to stop at the bus stop then leave. Hat wohl nicht funktioniert. Also zumindest grad nicht. So, 661. Ja, ja. Hallo. Tschüss. Bitteschön. Okay, alles. Luft ist rein. Uns fehlen noch zwei Endings und ich frage mich, wie man die wohl schaffen könnte. Nee, ich möchte sie nicht streicheln. Ah, guckt mal, ich sehe gerade, dass je mehr Runden wir spielen... Oh, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das wäre jetzt dadurch, dass wir jetzt... Gucken wir mal gleich, dass wir jetzt ein paar Mal hintereinander gespielt haben, dass dann das Ding leer geht. Hallo. Wo möchtest du denn raus? Misses, ich habe vergessen, mein T-Shirt drunter anzuziehen. Ich sehe dich. Genau. Nein, setz dich da, wo ich dich sehen kann. Du Truller. Okay. Kann ich eigentlich aufstehen? Vielleicht bedeutet ja, come to stop at the bus stop then leave. Steig aus. Aber ich kann... Hallo. Aber ich kann nicht aufstehen, glaube ich. Bitte schön. Kann ich irgendwie aufstehen? Außer halt... Nee. Oder eine andere Taste? Okay. Ich würde gerne aussteigen. Hallo? Mano. Vorhin hat er irgendwelche Tastenbelehrungen gesagt, aber ich weiß nicht, ob es eine gab für Aufstehen. Oh, Entschuldigung. Oh, die Vertonung ist so scheiße. No, 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 no. Okay. Ich halte jetzt mal an jeder Station. Ich weiß nicht, wie man sie perfectly rausschmeißt. Aber es wäre schade, um die Endings... Alter, irgendwas rauscht hier. Ist das da? Ding! Hier ist auch die Dings-Haltestelle. Hallo? Kann ich trotzdem, äh... Nee, kann ich nicht. Okay, kann ich auf diese Ding fahren? Äh, ich... 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 Ich gehe jetzt da einfach mal drauf, ne? Ich möchte hier hin. Das ist gar kein... Das ist gar kein Dings-Bumms. Das ist gar kein... Wieso bin ich jetzt hier? Ich werde sowas von runterkrachen. Ich wollte tanken gehen! Es heißt doch, wait outside the gas station. Oh. Okay. Ich fahr mal hier wieder runter. Hä? Okay, das war zwar eine Kante... Aber es hat gezählt. Es war wirklich eine gas station. Gut. Es ist ja wieder unser Freund im Busch. Oh yes, hallo. Wissen Sie, was passi... Was würde passieren, wenn wir die Tür aufmachen? Er läuft und wir fahren dann einfach weiter. Geil. Bringt das was? Nö. Okay, du sitzt da hinten. Okay. 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 Was war das? Da war irgendwas. Ey, ich schwöre, ich hab irgendwas schnaufen gehört. Hallo? Wer will raus? Ich weiß, dass du gebimmelt hast. Ich kann ja auch so weiter fahren. Okay, nein, das nervt. Ich dachte echt, du bist ein bisschen... Da steht wait outside the gas station. Dass man da tanken kann. Okay, okay, okay. Ich war zu weit. Entschuldigung. Aber er ist doch nicht empty. Da ist doch jemand hinten. Ah! Hä? Als ob das vorhin auch schon ging. Was ist mit dir? Alter. Mann. Ich weiß nicht, wie man hier paniken kann für die Errungenschaft. Ich würde gerne paniken. Ich kriege Panik. Okay, ich warte mal trotzdem hier. Nein. Gut, ich hab's probiert. Aber hier ist nie jemand hinter meiner Schulter. Oh mein Gott, ich bereue alles, dass ich das jetzt gesagt habe. Ah! Reden wir nicht darüber. Tschüss! Guter Mann. Aber hier hab ich damals auch abge... Ist unser Freundchen da noch hinten? Ja. Irgendwas rauscht so verdammt laut. Und ich dachte, das wäre das Radio. Okay, ich würde es nochmal probieren. Ich möchte nochmal halten. Oh. Hä? Aber da war ja noch einer hinten. Und wo zum Teufel soll der rauskommen? Okay. Okay. Also. Wir hätten noch wirklich Pick-up and Drop-off. Everyone perfectly. Come to stop at the bus stop then leave. Panik at work. Irgendwas war versteckt von dem, was wir gerade getan haben. War eine versteckte Errungenschaft. Fragt mich nicht, was die andere ist. Use mouse option to look around. Schauen wir mal, was es noch gibt. EB to interact with the bus and us a roller. Okay, ich würde gerne wissen. Was passiert dafür... Was passiert, wenn wir aufmachen? Nein! Du Spacko! Mano! Ich dachte, ich kann einfach weiterfahren. Aber der letzte praktisch, der, äh... Den sind wir irgendwie nicht losgeworden. Habe ich eine... Habe ich eine... Eine Dings verpasst? Aber das checke ich halt nicht. Come to stop at... Then leave. Kann ich eigentlich... Vielleicht ist es ja auch leave. So gemeint. Come to stop... Was der Jacket too small? Come to stop at the bus stop then leave. Ich kann ja auch nicht lieben. Ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass man, äh... Kann ich eigentlich da rausfahren? Probieren wir es nicht. Ähm... Hm. Würde ich gerne mal probieren. Solange wir jetzt nur eine... Solange wir gerade nur noch, ich sag mal, Station Nummer 1 haben, ob es das ist. So, Allah... So, Allah... Ich habe meinen Job getan. Tschüss. Was war denn das als Return to Last Checkpoint? Wo sind wir denn jetzt hier drauf drücken? Nichts. Nichts. Okay. Das war auf jeden Fall nicht... Nicht die Errungenschaft. Ich hätte es aber irgendwie einem zugetraut im Spiel irgendwie. Oh, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Wie man paniken soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch verbuggt. Wir versuchen jetzt einmal noch, diese letzte, die wir anscheinend nicht gefunden haben... Äh... Äh, wir versuchen jetzt einmal noch mal, diesen Perfect Dings zu machen, aber wie auch immer man dann lieben soll, weiß ich nicht. Also aufstehen kann ich zumindest nicht. Sonst hätten wir eigentlich alles an Dingern, die man schaffen kann in diesem Spiel. Panic at Work fehlt noch. Guck mal, ich stoppe at the bus stop. Ich stoppe jetzt einfach an jeder Bus stop. Hallo? Ich möchte da auch reinfahren. Kann ich da auch reinfahren? Do not enter. Schade. Aber cool wär's. Wo ist der Typ schon wieder? Ich seh den nicht, da seitlich. So, Monsieur möchte wieder aussteigen. Er sagt mir das doch nicht ohne Grund. Oder? Oder? Tschüss. Zack, zack, Leute. Ich hab einen straffen Zeitplan. So. Aber ich... Vielleicht wird... Aber wir sind doch... Oder vielleicht war ja eine... Vielleicht war ja eine, ähm... Eine Station... Oder vielleicht war sie auf der anderen Seite? Und wie sollen wir paniken? Naja, wir probieren jetzt einmal noch zumindest die, ähm... Die, ähm... Das perfekte Ende zu kriegen. Tschüss. Gern geschehen. Blöde Kuh. Vielleicht panikt man ja, indem man irgendwo drauf... Oh. Draufstarrt? Hm. Das war mein Stopp. Komm weg. Komm weg. Thanks, driver. Was? Das war mein Stopp. Komm weg. Komm weg. War sie das? Also, sollte das sie sein? Wo sitzt du denn da? Aber ich finde, so nach der ersten Runde haben wir eigentlich schon alles gesehen. Das ist jetzt der, der Panik kriegt. Ja. Okay. Ich würde ihn gerne... Nein, der über die Straße. Nee, er ist weg. Hallo. Hm. Schade. Vielleicht gibt's hier ja noch andere Sachen. Ich bin nicht angeschnallt. Die man entdecken kann. Zum Beispiel, dass wir wieder ein Herzinfarkt kriegen. Ich gucke schon wieder an die Leitplanke. Ich gucke schon wieder an die Leitplanke. Hm. Wer will? So, das ist jetzt nämlich die... Was steht denn da? Weiß man nicht. Vielleicht ist hier eine... War vorhin... Waren vorhin beide da? Sind beide vorhin ausgestiegen? Irgendwie hätte ich schwören können, dass letztes Mal nur eine ausgest... Also, das war... Hatte ich beide. Ich hab's Radio aus. Hör auf, mein Radio anzumachen. Okay, ich dachte, da hinten sitzt was auf der Rückbank. Guck mal, warum steht hier eigentlich... Stop, 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 stop. Ach so. Don't stop. Don't stop. Okay, ich mach mal don't stop. Ich mein, vorhin haben wir den... Der ist nicht ausgestiegen. Das ist der Truller-Typ, der nicht ausgestiegen. Hä, ich hab noch nicht gar nicht... Ich hab nur stop, stop, stop immer gesehen, aber nicht don't stop, don't stop. Don't stop. Believe it. Habt ihr das Lachen gehört? Ich hab niemanden drin! Ich weiß nicht, ob ich jetzt hätte halten... Die sieht man aber auch nur in dem Ding. Können Sie bitte... Okay. Wieso sagt der eigentlich Good Evening, Sam? Wenn niemand... Oh, Entschuldigung. Da ist. Ich mein, wir könnten auch irgendwie Last Check... Was ist denn der Last Checkpoint bei so einem Spiel? Okay, du willst nicht raus? Ich höre komische Dinge und ich weiß nicht, woher ich sie ordne... Ich weiß nicht, woher ich sie ordne soll. Ich wusste es. Guck mal, jetzt sitzt aber der komische Typsy nicht da. Bitte schön. Tschüss. Ja, ein bisschen schneller hier, gell? Ich hab gesagt, Radio aus. Okay, also jetzt haben wir theoretisch niemanden im Bus. Ich wüsste nicht, wie wir sonst Pick Up Everyone Perfectly machen sollen, weil... Keine Ahnung, vielleicht... Bleibt der ein... Der hat doch irgendwie gesagt, ja, sie sind... Ding. Sie sind ja noch am Leben. Pipapo, ist es nicht die hier? Hä? Wieso kommt es jetzt nicht? Kommt es nicht hier, eigentlich? Ich kenn dich nicht. Hallo? 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 Hörbriest du, ey... Hörbriest du, ey... quy guck! Hörbriest du, ey... Kommt es nicht hier? Ich bin mal hier... Hörbriest du, ey... Überfläckst du siew? Demo... Hörbriest du hier? Ey hier ist das, dann... Ich bin da muss ich, Ja, der Wurdst du sie... Gute ist nicht hier. Ich bin da... Wieso fahre ich auf einmal so schnell? Huh! Ähm. Was? Was? Äh! Geh weg! Geh weg! Winner, winner! Hä? Deer, dinner, get captured by a deer. Das war... Trotzdem fehlt es doch eins. Okay, ich sag euch jetzt eins. Ähm, wir haben doch jetzt Pick off... Pick up and drop everyone perfectly. Ist das jetzt darauf, ähm, bezogen, dass wir... wie heißt der, was meinen die denn mit pick up everyone perfectly? Glaubt ihr, da kommt nochmal so ein anderes Ende? Naja, auf jeden Fall hat er zweimal jetzt gesagt, ja, well, you died not... you did not die, und bla bla bla. Hm. Und vor allem, come to stop at the bus stop then leave. Ja, wie? Wie soll man denn da stoppen und dann gehen? Haben wir vorhin gemacht? Wir sind stehen geblieben. Machen wir es noch einmal? Oder belasten wir es jetzt dabei? Ich glaube, ich... Ich bin mir nämlich gerade nicht unruhbar, ob wir nicht genug gesehen haben. Aber uns fehlt eigentlich noch ein Ende. Und eigentlich müssen wir das jetzt doch hinkriegen. Und ich bin mir sicher, dass es dieses... Das war nämlich gerade ein Secret-Ende. Das war nicht das Ende... Also, Secret-Ende. Secret-Errungenschaft, zumindest. Okay, ich lese mir gerade nicht durch, was er gesagt hat. Also, er hat gesagt, er stoppt nach 500... 600... 600... Ähm... Hä? Ich hab's dir doch gerade schon... Okay, er hat sie einfach zwei Tickets genommen, du Banause, du... Okay. Ich hätte gerade schwören können, ich hätte mehr Sachen gehört. Ich würde jetzt mal... Ich würde jetzt mal kurz an... Oh. Ich halte mal an. Vor allem, wieso was der Jacket too small? Das war irgendwie gruselig. Oh, was der Jacket too small? Ich check's. Die Truller mit dem Busen-T-Shirt. Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber... Das Ding heißt, was der Jacket too small? Ich würde das sehr gerne mal interessieren. Wir können ja letztens einen Checkpoint laden, wo auch immer der dann sein wird. Hä? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Aber dann hätten wir nicht dieses... Come to... Blablabla... To pick up and drop off everyone perfectly. Und das wäre ja unser Ending. Aber es wäre mal interessant zu wissen jetzt, ob das... Das ist, glaube ich, die nächste, die kommt. Nein, ich pette Corolla... Äh, äh, Corolla... Äh, Corolla jetzt nicht. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass mehr passiert, wenn wir uns rumdrehen. So, jetzt checken wir mal die Lage. Die da, meinte ich. Ja! Geil! Okay, wartet mal. Return to last checkpoint. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Was auch immer das ist. Aha! Gucken wir, jetzt können wir sie nämlich noch reinlassen. Und vielleicht doch das Perfekt-Dings machen. So, damit hätten wir... Variante Errungenschaft Nummer... 12, genau. Es sind insgesamt 18, wir haben 16. Ich glaube es gerade hier auf Steam offensichtlich. Aber wie man... Panic at work. Vielleicht indem man die Katze gar nicht streichelt, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt auch trotzdem, glaube ich, bei 666 nochmal anhalten. Aber wobei, das haben wir schon. Bitteschön. Vielleicht bleiben wir auch mal stehen, wenn es dann doch bimmelt. Also, ich meine... Vielleicht ist das ja... Vielleicht muss man ja wie vorhin auch kurz warten, dass was passiert, wenn das Stopp sagt. Das ist der, der nicht einsteigen will. Oh, ist das für euch auch so laut wie für mich? Gut, dann not this bus. Oh, ich fahre wieder gegen Lightpunk. Danke. Wie man Panic at work kriegt, habe ich keine Ahnung. Aber wir haben wenigstens das eine Ende gekriegt. Aber ich befürchte, dass wir wieder auf das eine Ende hinauslaufen, was wir vorhin hatten. So von wegen... Ja, well, at least you... Blablabla. Weil der hat dich ja auch so abgefangen, bevor du den letzten Typ einsammeln konntest. Guck, jetzt ist die eine Trull... Vielleicht habe ich sie auch da... Vielleicht habe ich... Vielleicht ist sie vorher noch einfach mitgefahren. Vielleicht war das... Vielleicht war sie die ganze Zeit hinten irgendwo versteckt. Ich glaube, ich bin nämlich... Habe ich mir nicht vorher beschwert, dass so die eine ausgestiegen ist? Guck, jetzt möchte jemand irgendwie halten. Ist immer gut, weiterzufahren und dann... Okay, ich würde ihn jetzt mal mitnehmen. Wir testen das jetzt einfach mal. Ob es jetzt klappt ohne Gewehr. Da steht es nämlich... Don't stop, don't stop. Ich habe das am Anfang gar nicht gesehen. Ich habe nur stop, stop, stop die ganze Zeit gesehen. Aber er sieht... Er sieht total... Er sieht doch voll freundlich aus. Und das Ding da hinten ist auch absolut nicht sass. Tschüss. So. Er hat sich da hinten verdünnisiert. Aber man sieht ihn nicht. Und das ist irgendwie gruselig. Warte, müsste das... Könnte das jetzt... So, jetzt halten wir mal an. Vielleicht ist es ja so ein bisschen verpackt. Bus-Stopping. Ich schwöre, ich warte jetzt so lange, bis du meinst, aufzustehen. Vielleicht ist der ja Buggy hier. Ich habe keine Ahnung. Hallo, Monsieur. Sie haben Stopp gedrückt. Also halten wir auch an. Und Sie können aussteigen. Nicht? Okay. Ein Versuch war es wert. Und... So, jetzt kommt unser Chipsy-Dings wieder. Diese Musik ist ein bisschen strange. Aber ich wüsste halt nicht, was wir noch triggern könnten, um das irgendwie perfekt zu machen. Vor allem zu wem sagt er da die ganze Zeit Good Evening, Sam? Okay. Vor allem der eine... So, hier steht niemand. Vielleicht sitzt ja manchmal jemand und wir sehen das einfach nur nicht. Oder ich sehe es nicht. Oder ich bin da irgendwie zu weit nach vorne geslidert bei der letzten... Äh... Ich sehe dich. Ich hasse dieses Ding. Diesen Typ. Bitteschön. Oh. Tschüss. Und er will nicht aussteigen da. Er sitzt einfach... Vielleicht ist er auch einfach verpackt. Vielleicht sind wir auch doof. Ihr habt eine Idee. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt. Was wir falsch machen. Außer wir haben es am Ende richtig gemacht. Dann will ich nichts. Aber im Prinzip hieß es ja, drop everyone perfectly here off, drop off and bla bla bla. Hier will niemand stopping und hier will niemand einsteigen. Richtig? Vielleicht sitzt ja jemand hier irgendwie so... Oh! Jetzt hat es funktioniert! Ich weiß nicht. Ich glaube, es hört doch einfach zu schnell auf. Da ist doch irgendwas mit Sam vielleicht. Keine Ahnung. Aber Leute, wir haben alle Endings. Also rein theoretisch. Uns fehlt eine Errungenschaft. Just try to relax. Panic at work. Ich habe die Katze nicht einmal gestreichelt, um uns cool abzudingsen. Also hier runterzubringen wieder. Aber ich habe keine Ahnung, wie man es sonst hätte machen können. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ich weiß nicht. Ich habe sämtliche Knöpfe gedrückt und wir haben eigentlich alles so gemacht, wie er von uns wollte. Aber das war Nightbars. Es war ein nettes, kleines Indie-Horror-Game für zwischendurch. Die Grafik ist witzig mit diesen pixeligen Dingen. Das kennen wir ja schon von vielen anderen Spielen. Und, äh, ja. Ich fand das eine Secret-Ende, beziehungsweise das, glaube ich, was war das Ende 4 von 5? Oder, nee, das war das erste Ende, sogar 1 von 5. Ähm, wo wir da in diesen Abgrund gestürzt sind, war einfach noch das Beste, weil es einfach am spannendsten war. Und der Rest war, ich würde sagen, okay. Für so ein kleines Horror-Game für zwischendurch war es ganz nett. Fand ich. Wir haben alle Endings geschafft. Nur eine Errungenschaft fehlt es noch. Panic at work. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man etwa Panic at work hat. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst euer Abo nicht, falls ihr mehr von diesem Content hier sehen wollt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Nightbars fandet. Dafür, dass ich das eigentlich relativ spontan auf Steam gefunden habe, fand ich es okay. Kann man mal machen. Finde ich. Dankeschön fürs zugucken, Leute. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.